Hochgeflogen, tiefgefallen. 1998 mauserte sich der damals 24-Jährige zum gefragten Schönheitskönig, jetzt ruhen ihm mehrere Jahre im Gefängnis. Dem deutsch-rumänischen Model wird vorgeworfen, einen Polizisten auf dem Gewissen zu haben. Im August 2016 hatte er im Zuge einer Zwangsräumung seines Grundstücks in Reuden auf den Beamten geschossen, und ihn am Hals getroffen. Adrian Ursache hatte auf seinen Anwesen in Reuden den Fantasiestat Königreich Uhr ausgerufen. Er soll den Reichsbürgern nahestehen, und die Existenz der Bundesrepublik Deutschland leugnen. Der 42-Jährige häufte einen Schuldenberg in sechsstelliger Höhe an, im August 2016 sollte sein Haus zwangsvollstreckt werden. Wegen der willkürlichen Auswahl seines Opfers, durch die er dieses zum bloßen Objekt degradiert habe, plädiert die Staatsanwaltschaft auf versuchten Mord, anstelle Tutschlags. Insgesamt sind zwölf Prozesstage bis Ende November angesetzt.